Heute geht es um eine Brennweite, die ich als vergessene Brennweite mal bezeichnen möchte, nämlich 28 mm Objektive. Und es gibt wieder einen Vergleich zwischen Objektiven. Zwei davon besitze ich, aber der liebe Michael und der liebe Frank haben mich mit weiteren Bildern versorgt, sodass ich euch, ich glaube, vier oder fünf Objektive im Vergleich zeigen kann. Ich werde aber beim einen oder anderen Objektiv die ganze Sache sehr, sehr kurz machen. Es wird also ein etwas anderes Video wie die letzten davor. Jetzt erst mal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo da draußen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Sven. Für die Leute, die mich länger kennen, sind ja mittlerweile schon einige hier. Die Dauergäste muss ich ja schon sagen. Also ich mag alte Objektive. Und ich habe vor einiger Zeit eben durch den Kauf eines anderen Carl Zeiss Objektivs gemerkt, dass ich Objektive doch mal qualitativ vergleichen sollte. Und da geht es mir nicht um das Bokeh oder irgendwelche Charaktereigenschaften. Ja, also Swirl, Bokeh und was es nicht alles gibt. Das interessiert mich bei dieser Serie weniger. Mir geht es darum, wirklich rauszufinden, für mich und eben für euch, weil ich es ja teile, welche Objektive lohnen sich, beziehungsweise bei welchen Objektiven sollte man einfach wissen, kann man sich kaufen, aber erwarte davon nicht so viel. Und da würden jetzt viele sagen, hey Sven, was machst denn du da gerade? Du hast doch immer gesagt, das funktioniert, damit kann man arbeiten. Man kann immer mit jedem Objektiv arbeiten. Das liegt ja immer auch am Fotografen, was er daraus macht. Gerade bei alten Objektiven, die Charaktereigenschaften, die muss man als Fotograf kennen, damit man sie nutzen kann, damit man tolle Bilder machen kann. Jetzt bin ich zwar auch Makrofotograf, aber ich bin nicht so dieser Blümchenbilder-Typ, wo dann irgendwie ein super Swirl-Bokeh hinten dran sein muss. Ich bin halt auch der Landschaftstyp. Und wenn ihr rausgeht und wollt Landschaft machen oder Street machen, also ihr seid in einer Stadt, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Frankfurt, da bin ich halt sehr, sehr gerne auch fotografisch unterwegs, dann will man eine gewisse Qualität haben. Und zwar nicht nur in der Mitte, sondern eben auch da in den Ecken. Und da braucht man dann gerade auch bei einem Weitwinkel eine entsprechende Qualität. Ich habe zwei Weitwinkel. Nämlich nach dem Tessa 45 mm für Contax von Carl Zeiss, habe ich dieses 28 mm gesehen und hier, das ist wirklich auch eine dienstälteste Linse bei mir. Die habe ich in den 80ern gekauft, das Minolta 28 mm MD. Da habe ich sogar eine Sonnenblende. Das ist eine der wenigen Sonnenblenden, die ich besitze für Minolta-Objektive. Und das war schon zigmal in Amerika. Zweimal auf Hawaii, ich glaube zweimal in Japan, zweimal in Ägypten, Malaysia, Frankreich natürlich, Italien, Spanien, keine Ahnung wo noch. Also, ihr seht, das ist eine weitgereiste Linse und die hat mir immer an Film, an meiner X700, immer gute Dienste erwiesen. Und jetzt, ja, jetzt habe ich sie mit diesem Objektiv verglichen. Wer meine Live-Videos ab und zu mal gesehen hat oder im Nachhinein sich angesehen hat, der weiß schon, dass Contax hat gewonnen. Jetzt wäre das Video eigentlich fertig. Jetzt könnte man sagen, okay Sven, du hast alles verraten. Ich möchte euch natürlich noch Bilder zeigen. Aber jetzt ist was Cooles passiert. Letzte Woche schon hat mir der, letzte Woche oder vorletzte Woche, hat mir der Michael, Nachnamen habe ich jetzt nicht, kann ich noch einblenden. Der Michael hat mir Bilder geschickt und zwar Aufnahmen vom Original Sony Autofocus 28 mm Objektiv, wo ich ja schon sehr viel Kritik gehört habe und ja, dank der Aufnahmen werdet ihr verstehen, warum die Kritik da auch gerechtfertigt ist. Für eine Linse, die von Sony kommt, Autofocus ist also eine Original Herstellerlinse. Also, die ist nicht gut, ich sage es gleich, also die ist nicht gut. Aber er hat noch ein Objektiv geschickt, was wieder meiner Richtung nahe kommt und zwar ein Objektiv, was eigentlich gebaut würde für Leica M Kameras, also für die Leica M Serie. Aber mit einem Adapter könnt ihr natürlich dieses Objektiv auf jede spiegellose Kamera machen. Der Adapter ist sehr kurz, das Objektiv ist zwar ein Stückchen länger dafür, aber es ist eine 28 mm Linse mit F, haltet euch fest, F 1,4. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und die Bilder hat er mir auch geschickt. Die heißen Seven Artisians oder so ähnlich, also chinesische Firma. Und die hat da wirklich ein tolles Stück Arbeit abgeliefert. Kostet auch sein Geld, so irgendwas um die 500 Euro, was aber das Sony Objektiv auch kostet. Das Contax übrigens, das habe ich für 200 Euro gekriegt. Es liegt aber meistens höher. Also, wenn ihr sucht, werdet ihr irgendwann finden, falls euch sowas interessiert. Das Minolta möchte ich auch mal erwähnen. Das Minolta Objektiv werdet ihr so 50, 60 Euro für bezahlen müssen. Je nach Zustand, vielleicht auch noch Sonnenblende, da fehlt schon der Originaldeckel. Mich stört das nicht, aber ein Sammler könnte das stören. Lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht deutlich, dass es nicht immer am Preis hängt, aber oft am Preis hängt, wenn man bei älteren Objektiven guckt. Also, dass manche Sachen teuer sind. Und das solltet ihr vielleicht doch auch mal mittlerweile gelernt haben. Und jetzt kam noch der Frank um die Ecke und der hat ganz, ganz viele Bilder mir geschickt. Also, ich habe eine richtig dicke ZIP-Datei mir laden müssen. Ich kann also heute noch ein Canon FD 28 mm mit einflechten von der Bildqualität her. Zum einen. Und ich glaube noch eine zweite Drittherstellerlinse, also auch ein mechanisches Objektiv. Und mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Vielleicht zeige ich euch auch noch das ein oder andere Zoom-Objektiv, denn da gibt es auch noch mal was. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Ich werde da auch noch mal ein Video zu machen. Und wer jetzt spontan sagt, Sven, ich bin auch dabei, meine Objektive zu testen, ich blende euch hier meine E-Mail-Adresse ein. Schreibt mir aber bitte. Nicht irgendwelche Bilder schicken. Schreibt mir erst mal, was ihr eventuell habt. und ob da Interesse besteht. Ja, und dann reden wir darüber, wie das vielleicht zu sein hat, damit ich das, und da müsst ihr halt aufpassen, was ihr fotografiert, vielleicht dann auch mal in ein Video einbauen kann. Werden wir sehen. So, jetzt gehe ich an den Rechner und zeige euch mal die Bilder. Offenblende, einmal abgeblendet und ja, Blende 8, das ist so ein Standard. Und ja, es geht wie gesagt nicht ums Bokeh, es geht um Qualität. Ich möchte es auch noch mal kurz erklären, warum es um Qualität geht und nicht um die Charaktereigenschaften von alten Objektiven, also Bokeh und was weiß denn ich. Wenn ich zum Beispiel Landschaft mache oder gerade auch mit diesem Objektiv, ich war am Wochenende damit unterwegs, einfach nur knipsen, wirklich knipsen und ich bin mit so tollen Bildern nach Hause gekommen und ich muss keine Abstriche machen, also ganz wenig in den Ecken, ganz weit in den Ecken, aber ansonsten kann ich da mit Sicherheit Poster mir an die Wand hängen. Bei dem Minolta habe ich ein Problem damit und deswegen habe ich auch sehr erschrocken festgestellt, dass es eben Unterschiede gibt. Und das zeige ich euch in den Videos. Jetzt, wie gesagt, am Rechner, es wird ein bisschen länger. Habt einfach Spaß und bleibt dabei. Kommentare natürlich immer erwünscht. Und im Übrigen, teilt das Video auch gerne, wenn ihr wollt, wenn euch das gefallen hat. Das würde auch ein bisschen helfen. Zurzeit ist bei YouTube wenig los, sagen wir es mal so. Bis gleich. So, ich möchte euch gar nicht mit dem nicht so guten Webcam-Bild hier belasten. Ich klicke auf Lightroom, da kann ich mich in kleinen Jahr unten einblenden. Hallöchen. Weiter geht's. Es wird ein bisschen länger werden, weil ich werde euch versuchen, immer so ein paar Vergleiche zu zeigen. Und ich fange jetzt mal mit meiner dienstältesten Linse an, mit dem Minolta. Weil das habe ich, da habe ich auch ähnliche Bilder und dann könnt ihr das auch recht gut vergleichen zu meinem Distagon von Carl Zeiss. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist das Zentrum. Nur, dass ihr das auch mal gesehen habt. Das ist hier hinten auf die Bäume scharf gestellt. Das habe ich natürlich manuell gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ist die Qualität gar nicht mal so schlecht auf den ersten Blick. Also, das ist mit meiner 42 Megapixel Kamera gemacht. Aber, wenn ich jetzt hier rausgehe in die Ecken, dann seht ihr das. Also, da wird das Objektiv deutlich schlechter. Und auch abblenden bringt ja nicht so viel. Ihr seht das einmal abgeblendet auf Blende 4. Das ist keine wirkliche Steigerung. Natürlich werden die Ecken etwas heller. Die Vignette, die Vignettierung, die lässt einfach nach. Und das ist jetzt mal Blende 8. Hier in der Mitte erstmal. Und ich gehe kurz ins Eck. Ja, und dann seht ihr schon, naja, das wird schon ein bisschen besser. Aber es ist keine Berühmtheit. Wir müssen da schon ein ganzes Stück Richtung Zentrum gehen. Um jetzt wirklich das Gefühl zu haben, das ist richtig scharf. Etwa hier war ich gerade. Und das hätte mir, ehrlich gesagt, nicht genügt. Wenn ich natürlich sowieso irgendwas wegschneiden will, macht das nichts. Ich zeige euch jetzt das Distagon, das Carl Zeiss. Und da seht ihr hier, das ist einfach schon mal einen Hauch knackiger. Es hat die bessere Vergütung. Das merkt man hier ganz deutlich. In der Ecke ist es auch besser. Aber nicht super. Also hier diese Häuser, die sind auf jeden Fall deutlich besser. Ich zeige euch das gleiche im Vergleich. Ich gehe jetzt direkt auf Blende 8. Und seht euch mal an, wie gut das hier, gerade dieses Haus, da ganz im Eck, da wird es schwächer. Aber wie gut ist das hier? Ja, also das ist wirklich ein Effekt gewesen, wo ich das Objektiv bekommen habe, habe ich diese Bilder gemacht und dann habe ich meinen Minolta zur Seite gelegt und habe gesagt, weitere Vergleichsbilder sind absolut überflüssig. Ich gehe mal noch auf Blende 11. Das Bild habe ich entwickelt und wir sehen, dass wir wirklich bis fast in die Ecke hier eine Top-Qualität haben. Und in der Mitte ist das Ganze dann ehrlich gesagt unschlagbar. Damit könnte man eine Reise machen und mit tollen Aufnahmen zurückkommen. Ich zeige euch das nochmal jetzt im Vergleich. Ja, die Ecke seht ihr hier. Da habe ich beim Minolta nicht ganz die Ecke so getroffen. Ich hatte das nicht vom Stativ aus gemacht. Und auch hier seht ihr das Haus hier. Das ist viel verschwommener wie hier. Es ist nicht der Burner. Ist klar, 2.8, altes Objektiv. Aber hier auf jeden Fall besser. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal mit der Ecke. Hier jetzt nochmal schnell mit Blende 8 in der Ecke. Abgeblendet. Hier das Haus ist super gut. Auch hier noch. Ja, hier wird es ein bisschen schlechter. Und hier das Minolta bringt einfach nicht die Leistung. Soweit, so gut. Gut, jetzt wird es aber doch ein bisschen lustig. Denn ich habe, wie gesagt von Michael, das Sony 2,0er 28mm bekommen. Autofokus Objektiv. Und das ist die Offenblende 2.0. Und wir gehen mal hier in die Mitte. Und das sieht ordentlich aus. Kein Ding. Aber wenn wir hier in die Ecke gehen. Ja, es ist im ersten Moment gar nicht so schlecht, wie es scheint. Aber wenn wir jetzt weiter gehen. Also Blende 2.8, was die anderen ja haben, ist es auch besser. Übrigens, dass es hier nicht dunkel wird in den Ecken, liegt natürlich daran, dass die Kamera diese Fehler korrigieren kann. Und jetzt nehmen wir Blende 8. So, und das sieht erstmal auf den ersten Blick schon besser aus. Jetzt zeige ich das euch aber mal wieder mit dem Distagon im Vergleich. Hier seht ihr rechts das Zeiss, links das Sony Autofokus, aktuelles Objektiv. Wie gesagt, das ist für die Contax. Ihr werdet jetzt natürlich vielleicht sagen, ist doch nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, nicht schlecht ist für so eine Linse, die 500 Euro kostet, ehrlich gesagt nicht gut. Denn das Objektiv kann man für, wenn man Glück hat, vielleicht für 200 Euro kriegen, 250 Euro. Und es kostet die Hälfte und ist auf Anhieb besser. Offenblende vielleicht ein Tick schlechter. Aber, ja, aber es ist eben nicht wirklich ein Reinfall. Und gerade 28 Millimeter, wo man abblendet, wo man Tiefenschärfe haben will für Landschaften, das geht. Ja, und in der Mitte, um das euch auch mal zu zeigen, in der Mitte ist das jetzt nicht wirklich dramatisch. Wie gesagt, die Bilder sind nicht entwickelt. Das bedeutet, das Sony wird von der Kamera her auch auf Schärfe und Mikrokontrast gesteigert. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe, bin ich mir absolut sicher, dass ich eine ähnlich gute oder einen scheinbar gleichen Look erreiche, wie hier bei dem Sony. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Ich habe ja gesagt, ich habe noch mehr. Dieses Objektiv ist auch von Michael das für Leica M-Mount. Und zwar 7 Artisans, spricht man das so? Ich hoffe, 28 Millimeter und Offenblende. Leute, Offenblende ist 1,4. Ist das gut? Schauen wir mal. In der Mitte sieht das unscharf aus, aber ich fürchte, der Michael hat nicht gut fokussiert, weil das Dach ist gigantisch. Ich hoffe, dass es kein Fokusfehler ist, Michael, wenn du das siehst. Aber das hier in der Mitte für Offenblende ist das gut. Da gibt es andere Objektive, die das nicht können. Und weil ich jetzt natürlich die Ecken auch hier nicht im unendlichen Scharf habe, aber hier dieses Dach, daran sieht man so ein bisschen, dass hier ein Fehlfokus vorliegt, kann passieren. Also jedenfalls, das ist bei Offenblende schon eine Bank. Also ganz klar. Und das Objektiv kostet genauso viel rum wie das Sony Objektiv. Ja, und das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehe gleich mal auf Blende 2,8, weil das nächste wäre 2,0 gewesen. Das ist 2,8. Und jetzt seht euch mal das an. Also wie geil scharf ist das denn? Das ist eine mechanische Linse. Auch bis ins Eck ist das schon nicht schlecht. Also da kann man wirklich sagen, für eine 2,8er Linse, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ja, das ist wow. Und da kackt das Sony total dagegen ab. Aber sowas von. Und wenn wir dann noch auf Blende 8 gehen. Ja, also hier in der Mitte, klare Bank. Ja, da gibt es nichts zu meckern. Hier in der Ecke könnt ihr an dem Sendemast, hier an den Ästen, könnt ihr sehen, das ist knacke scharf. Und das ist ein Objektiv für eine Leica M-Mount. Wie gesagt, kein Problem an die Sony dran zu machen. Das Schöne ist, dass der M-Mount ein kurzes Auflagemaß hat. Das heißt, der Adapter ist auch nicht so dick. Das Objektiv, die ganze Sache, also das Objektiv ist ein bisschen größer. Ich habe leider jetzt kein Bild, aber ihr könnt ja nachgucken. Also da muss ich sagen, wow. Richtig wow. Wo ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich irgendwann mal viel zu viel Geld hast, dann würde ich sogar diese Linse als 28 mm Objektiv vorziehen. Aber das war es noch nicht. Ich habe ja noch Objektive. Und das sind die letzten beiden hier. Und jetzt muss ich einfach mal gucken. Dieses Objektiv ist ein Honeymax. Sagt mir nichts, ist ein Dritthersteller. Und dieses Objektiv ist natürlich zwei ganz unterschiedliche Bilder. Und auch Sonne und nicht Sonne. Das ist das Canon FD. Wir gucken mal in die Mitte schnell bei dem Canon. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber ich finde, es ist natürlich nicht optimal. Bei Blende 2.8 wohlgemerkt. Ja, und in den Ecken seht ihr schon eben die deutlichen Schwächen. Dasselbe habt ihr beim Honeymax. Das wird sogar noch ein bisschen dunkler. Wie gesagt, die Bilder sind jetzt nicht entwickelt. Ja, also da ist nichts dran gedreht. Das ist einfach so out of the cam, wenn ich das richtig alles gesehen habe. Und das ist wichtig. Ja, ich kann mal nachgucken. Ja, da ist nichts entwickelt. Und dementsprechend. Wir gehen einfach mal auf Blende 8. Ja, das ist ja für viele. Achso, in der Mitte. Ja, in der Mitte. Das habe ich gar nicht gezeigt. Bei diesem Objektiv. In der Mitte ist das nicht schlecht. Und also auch bei Offenblende ist das gar nicht mal so uncool. Also ich hätte viel Schlimmeres erwartet. Und jetzt gehen wir einfach auf Blende 8. Und da sehen wir schon, da kommt noch mal mehr Mikrokontrast dazu. Und in der Ecke sieht es auch deutlich besser aus. Und ja, da würde ich sagen, da kommt einiges Gute zusammen. Und ich zeige euch jetzt das Canon im Vergleich dazu. Moment, da ist Lightroom einfach nicht so ideal. Also das Canon hat hier, ja es ist nicht ganz vergleichbar, aber ich würde sagen, dass das Honeymax fast ein bisschen ausgeglichener ist in den Ecken, aber nicht ganz so knacke wird. Wenn das Canon sehr knackig ist, aber in den Ecken dann auch schneller verliert. Im Grunde so ein bisschen wie das Minolta. Also das Canon FD ist besser wie das Minolta. Das kann man ganz klar sagen. Aber der Knaller in Tüten ist wie gesagt dieses Objektiv von 7 Handwerker heißt das ja, 7 Artisans. Ja, also das ist wirklich in Tüten. Es ist ein mechanisches Objektiv, mechanische, also keine Automatik drin. Es gibt auch keine Datenübertragung in irgendeiner Form. Aber, und das muss man einfach sagen, die Qualität, die da dahinter steckt. Also wer jetzt wirklich sagt, ich brauche das beste 28 Millimeter. Ich würde es jetzt mal so deuten, dass es dieses Objektiv ist. Es sei denn, Sony kommt in die Puschen und baut zum Beispiel wie das 24 Millimeter oder wie das 20 Millimeter. Wobei das 24er ist ja eine G-Master und das 20er nicht. Und das 20er wird auch super gelobt. Warum nicht eine ordentliche Linse bauen in 28 Millimeter. Auch wenn viele Leute denken, das ist doch nicht wirklich meine Brennweite. Da fehlt mir doch immer was. Täuscht euch nicht. Ich bin jetzt mehrfach rumgelaufen mit dem Objektiv. Und ich blende euch Bilder ein, welche, die ich mit meiner 7R Mark II gemacht habe. Welche, die ich am vergangenen Wochenende gemacht habe. Alle mit dem Contax natürlich. Also mit dem Carl Zeiss. Und ihr könnt einfach noch genießen oder vor allen Dingen Kommentare schreiben. Ich lasse die Zoom-Objektive weg, weil es da kein direktes 28 Millimeter einstellungsmäßig gab. Die Zoom-Objektive schaffen es aber nicht an diese Linse. Das habe ich schon mal kontrolliert. Ich würde sagen, lang genug geworden dieses Video. Ciao. Tschüss. Euer Sven und jetzt noch ein paar Bilder. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020